Sie bräuchten noch einen sehr guten in der Abwehr. Einen Spielmacher. Ich glaube, dass man beispielsweise mit dem Alex Meyer noch einen ganz guten Spieler hätte. So einer wie Sheldon Shaqiri, der würde dem HSV gut tun, können sie aber nicht bezahlen. Klar, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Wenn HSV Geld hat, können sie sich fast gegenkaufen, aber haben sie leider nicht.